Hallo! Herzlich Willkommen bei World of Octave Legion. Wir sind in der Tharion-Fuck. Ist die letzte Instanz, die mir noch fehlt, bis ich jetzt, äh, naja, äh, um alle mit dem Mage zusammen zu haben. Bin ich doch der Meinung, dass ich jetzt einen doppelt hab. Ne, aber ich glaube nicht. Ich war zwar hier schon ab und an auch drin, ne? Ah, der Fuck ruckelt doch so krass. Deswegen hab ich das, glaub ich, nie gemacht. Oh no. Ich mein, der legt ja jetzt schon ziemlich lange an. Das ist natürlich ein bisschen krass jetzt. Ist ja voll kacke. Ich hoffe mal nicht, dass das so krass auch in der Instanz ist. Weil in letzter Zeit ist mein PC oder mein Laptop doch sehr langsam geworden. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also das Spiel läuft noch langsamerer. Langsamerer. Langsamer. Nein, so. Ähm, ne? Als ohnehin schon. So, hi. Ähm, ja, alle weg, ne? Ich musste erst mal hinterher. Ah, da geht's schon los. Da geht's schon los. Ei, aber ich fahr hier schon mal mit dem Paladin. Jetzt erinnere ich mich wieder, aber wir müssen doch nicht unbedingt den Paladin geguckt haben. Hier kam Katsu Rollo ruck runter, ja? Bam, alter. Und hier hab ich dann, glaub ich, gedacht, wo ich mit dem Magier drin war. Na, Leute, das ist mir zu dolles geruckelt. Ich mach da nicht mehr mit. Das hat keinen Sinn. Das lassen wir mal sein. Oh, ich muss noch hier eine Frischung dabei zaubern. Sollen sie auch mal da hinten machen. Ich hab was ich brauch. Mehr brauch ich nicht. Ist ja klar. So, Freunde. Äh, der Mädch ist da. Tradidi, tradada. So. Ach, hier ist Gift. Ähm, ich stell hier nochmal nen Tisch hin, Freunde. Guck mal hier, bedienen sie sich. Plums. Haut rein. Äh. Haben wir sie vom anderen Tisch geholt oder was war da los? Geniet euch. Wenn ich eins kann, dann sind's Tische. Brems. 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 Na, juck mal, jetzt ist das letzte Jahr, weil ich wollte es dann trotzdem nochmal nach… ähm… Nachreichen, damit ich das komplett habe. Aber, ähm… Ja, ihr seht's. aber er sieht ja auch schon auf dem datum 15.11. es hat halt ein ende ich sag es immer wieder von video zu video aber es ist nun mal so wir können auch hier lang gehen da kann man abkürzen man muss ja nicht den ganzen strott machen hier kriegst du erstmal den reingebreddert er erinnert mich auch die ganze aufmachung mit dem Boden langlaufen und unter irgendwelche so einen Berg mit Goodall der Hobbit nicht so dass man nachher mit dem Wasser losreiten muss sondern das ist auch hier dieser Fall hau raus was du hast hier das ist doch shit musst du dich entscheiden welchen von beiden musst du ja diese Drogba haben mit Mächten hantiert die sie nicht beherrschen sollten zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien die noch immer in diesen Felsen schlummern oh shit aaaaaaah Plinzeln boah was 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 Glück gehabt aber er greift eh vorne wieder was er so ein kleines die Menschen aber Entschl Ollie damit zu zerstören nicht erobern sei es drum ich werde jeden Moment davon genießen aber steh auf da Rock R 그러 R r Rock R so zack 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 uns Party on alter ich hab immer noch keinen Damage Dealer und ähm für Keule ähm Da fällt mir gerade ein Kommentar ein, ob ich das geschafft habe, um es zu reden. Es geht darum, dass ich mich nicht traue, meinen Rechner mit noch mehr von diesem Schrott hier, mit noch mehr Performance-Impfung zu strafen. Ja, ich weiß nicht, was der dann macht. Nachher brennt er oder so. Fuck. Das war fuck. Jahre bei mir ist ein Meton eingeschlagen. Da kann ich auch nichts für. Ich bin halt blöd. Nee, deswegen habe ich noch keinen Demonstell. Dann fände ich das schon echt unter dem Laden. Ich hadere mit mir selber. Das ist der Grund. Deswegen. Kann ich das unterbrechen? Ich glaube, ja. Ja, das kommt auf einmal, wenn man als Mensch nur Damage machen möchte. Oh, mach, mach, mach. Ist das so schlau? Mach noch mal ein, du mir den Gefallen. Ich kann sagen, dass es kann. Ach, ich setze mich drüber an, das ist für mich voll der falsche Moment gewesen. Oh! Komm her, komm heran! KANZ, ALTER! Zereck, du Sau, jetzt droppen wir was! Wie ist Ärger hier? Ah, ist doch scheiße! Ja, hier mächtige Heiltränke, ich bin grad dabei, mich zu fragen zu farmen. Mache Freuterkunde gleich zu me, wie sollte man das nicht anders erwarten? Oh, jetzt war das schnell ranke. Ja, gib Kante! Juhu! Ich weiß nicht was man mit den Fischen machen soll, ich schmeiß dich einfach mal hier vorne zu gehen. Da! Der Unwärmlich ist die Gnome meines Vaters von Sklaven ausgraben? Ich weiß nicht mit welchen Mächten er spielt. Und Schepper. Wo versteckt ihr eure Vorräte? Mache Freuterkunde. Ja, hier kommt der Bar. Ja, hier kommt der Bar. So, ich schaff das auch. Ah! Sieht eigentlich aus. Selbst egal hier, ähm... Transnode Griffer hat mich sich total zu lieben gemacht. Hey, auch geil. Alle machen sich immer voll fett und so. Ähm... Ha 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 ha! War ich das? Ach, du nimmst Karma zu mir. Ich war auch beim Transnode Griffer. Wie man sieht, finde ich sie ganz cool aus. Das ist halt dieser Schrott, der hier droppt. Also, die sehen ja alle kacke aus. Daher so, dachte ich. Ich habe kein Ziel. Na los! Die ist jetzt nur nicht gerade lang, die Instanz. Aber... Ich brauche ein Ziel. Ein bisschen nervig ist sie irgendwie. Weil die... Irgendwie kommt... Die wirkt auf mich so wie Kaugummi. So C und... Zieht sich dann irgendwie mehr hin, als es Spaß macht. Und lohnt sich dann auch nicht so... Na... So... Und das auch immer... Oh, als erstes zählen. Ich weiß auch immer weg, nicht? Das sind Kinder und unser Feuer auf alle. Wuuuuh! Ah ja. Da war doch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, Heide heilt mich auch. Gut. Im Gegensatz zum letzten Video, wo der Heide nichts getan hat. Das soll was versterben. Das ist so eine riesen Bestie. Mach mal hin. Hier. Zack. Und raus mit dem Rotz. Freunde. Blumms. Blumms. Ich mache es immer wieder. Weiß nicht, ob wir den gerade proppen. Willst du ja trotzdem Pyro aufbauen? Scheiße nach versehentlich umsonst raus. Das ist immer blöde. Stück tot, Mofu! Aber macht doch jeder... Was ist denn da los? Im geilsten finde ich auch nachher die Passage, wo sie so dieses Mini-Aufrennspiel machen. Okay. Jetzt kommt erstmal der andere Boss. Was ist er denn da? Ich denke, er ist ein ganz cooler, oder wie? Dann lockst du ihn mal nicht sogar weggefrüchte. Ich brauche ein Ziel. Ich weiß nicht, welches Level die haben. Ich war damals als erstes... Das erste Mal hier drin war. Das war halt krass. Da war ich halt nicht so gut im Level. Und kannte hier noch nichts. Ja? Das ist immer noch hingeblieben. Das ist... Die machen... Ähm... Die dingsen sich ja, ja? Auf... Uh! Die skalieren ja. Wusste ich da aber noch nicht. Und dieses Gefühl ist immer noch in die Brille. Und deswegen... Obwohl man besser weiß, dass sie ja... Er kann eigentlich nicht so schlimm sein. Bla bla bla. Passt sich an. Aber trotzdem. Denkt man so nach. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und dann halt der als erstes. Irgendeiner wird schon dran glauben. Huch! Ich habe kein Ziel. Ich muss doch das Mikro von Maschinen. Also... Verstellen. Und nicht ziehen. Das hängt doch. Hängt doch. Hängt doch. Hängt doch. Hängt doch. Das ist ja! Die sind ja immer noch ein bisschen. Schmeckt doch. Ich hab' ne Bevisungsstelle von 2,8. Nein, klar. Hör. Also zwar 14k, also. Ja, lauft nur. Hahaha, es wird euch nichts bringen. Der Hochberg zählt sich gegen euch auf. Ja, ich hab aufgerast. Ich bin auch aufgerast. Ist das schon nicht irgendwo oder was, ne? Das ist er. Oh, schon ist er weg. Schon was ich mal wo ist. Ist das fies ey. Dreh er sich genau bei mir rein. Wofür hat jemand aufgepasst? Hahaha, genau da hab ich Schaden aufgemacht. Macht ein Glück ey. Total toll. Ich hab ihn natürlich aufgepasst. Ich wusste, wer er war. Vor allem nur in Sicherheit. Wenn wir da denken, ne. Hahaha. Ich hab ihn nicht im Visier. Ist doch, Assi, er war doch angeklickt oder nicht? Aber spinne ich jetzt oder? Warte ich? Ich hatte auch einen Krieggenordnig anscheinend. Ja. Ja. Lauf nur. Hahaha. Es wird euch nicht bringen. So ein Dreck. Ach, gibts doch nicht. So ein Dreck. Das ist doch nicht normal. Da fahren sie Autorennen. Finde ich sehr geil. Ich wär so gerne Millionär hab ich gekriegt. Geil, 1000 Gold geplündert. Wow. Big party in the house. Alter, jetzt gibt's aber. Oh, hast du gesehen? Da macht er gleich so ne BAM! Drehung. BAM! Ich bin war mit 1000 Gold geplündert. BAM! Alter, los mach nochmal. WUF! 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 Kommen sie mal rein? Alter, mal lächeln! Schicht im Araxas wird ein bestmahl aus eurem Knochen rein! Ich still ist irgendwo und kriegst dich! Oh! Telefonation! Zack! 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 Jetzt krieg mal ein bisschen Damagef Pul- OOUeh schon los, zie mir noch nicht ran, du Sau. Ah, Pilze! Gemeine Pilze! Oh, shit. Ich werde gleich sterben. Ha! Geh nicht anders! Angstblock! So, komm mal wieder raus. Super, als haben wir die Verjungen runtergeknallt. So, komm mal hier, ich will dich rein! Geiler Elf! Toll! Das war aber auch nicht schlecht geguckt, als ich das hingekriegt habe. Wie viel kann ich den reiten, Alter? Was für eine Niedrigung für den Spieler? Kommt einfach auf den Reiten mit. Dann will ich das ja gar nicht, ja? Und dann BAM! Kommt einer und jumpt auf den Rauch und sagt, Alter, du bist jetzt mein Mist, Alter. Friss Heu, Alter. Und fange den Pudel der Gerechtigkeit in deinen Darm. Schon wieder gefiste los, ey, und dann pimpe und gepumpe und gebümse und gebumse. Bitch. Von mir keine Kiste hin und lassen. Äh, geht ja nicht, wenn er dir auf, äh, 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 wie du es ist, ne? So! Wir lachen, äh, lächeln. Da lachen kann er gleich. Und dann Damage werden. Uah, das lacht er weg. So nix. Da lach ich über! Ah, 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 was machen sich die Heile nun, glaub ich, oder sowas, ne? Oh, ich aufgepasst. Muah! Raid hauglich! Plums, die Bums! Frissen, komm mit! Die Kinderlein, komm mit! Ach, nicht so, wie die Ohr sind denn. Wo sind die anderen denn? Na, da sind sie. Und das ist die, was vielleicht er im Dießen kann, vergiften kann, und wenn's genug vergiftet wurden, dann sind da nicht so viele, die runterkommen. Kann, uh, kann das angehen? LNC da wohnen. Ach so, ja, okay, er muss gegen anlaufen. Kann ich's unterbrechen? Man weiß es nicht. So alle so, ja, ist der Magier zuständig für, und ich so, ähm, 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 ähm. Also, die Raid tauglichkeit, äh, doch ne Klasse, ne? Jetzt noch ne METO. Ah, da sind sie! Komm, lauf dir den METO auch rein! Bitte, tu mir den Gefallen! Bam, alter! Pyro Schelle, Junge! In your fucking face tonight! Give me some to break! So, jetzt ist sie aber gleich schicht und scharf. So... Jede Nagelton, ja. Verdammt. Dotting auf dem Arzt, der Tag nun erstmal scharf sheiler oder Joshua resilience zu uns. Man,... ...rein in sein Darm! Oder raus in sein Shakur? Ja,됐 eh, dass hier ne Schlange sein soll? Hä? Acht, rooftop, da! Yeehooohooo! Yeehaaaa! Dann seht ihr was passiert, wenn man sich gegen den Auserwelten der Macht der Titanen stellt! Das ist doch Fick der Alte! Los bei den nächsten! Den Skorpion, der ist echt geil. Den hab ich nämlich auch. Ich will nicht irgendwann lassen besser, aber... Finde ich geil. Eine kleine Tasche in der Nacht... Ach ne, wie geht's noch? Unter einer kleinen Decke in der Nacht, genau. Hab ich nicht gemacht und hab nachgedacht. In deiner Wär... Was ist das, was geht, ey? Ich weiß nicht mehr. Ist es mir auch egal? Bin ich zum Singen? Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisse... So, dass die Bitch gleich down? Und bin sicher, der Hochberg ist in dieser entscheidenden... Also, die Instanzen meine ich. Also nicht mehr hier, sondern... Das eine Mal bin ich hier gestoppt. Hab ich das Ding nicht doch schon aufgenommen? Ey, mir kommt noch so bekannt, aber ich hab doch erst 8 Folgen Aufnahme. Und alle anderen hab ich... Beim Durchgucken der Liste bin ich der Meinung gewesen, alle anderen schon gehabt zu haben. Was war die? Scheiß, Alter, ey. Ich bin ein Doppelkacke-Kuss, oder was? Ich hab beim ersten Mal schon nicht gemacht, da ne zweite Folge von... Ich brauche ein Ziel. Du bist doch verreckt! Oder war das einmal so Offscreen einfach gespielt, oder? Dann hab ich meine An... äh, ging's bloß an, oder? Oder was? Oder wie, oder... Oder wer, oder wo, oder... 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 So... Zerreißt sie! Zerreißt sie? Wen meint er? Ja klar, uns, aber wieder besser, um uns zu zerreißen. Oh, ich kann ja was. Klar! Schnell down machen... Ah! Was ist los? Die Eisblock! Buh! Was war denn da los? Hier ist alles so, ich kann ja nur nicht so dumme gestanden haben. So... Hallo... Blündern mal diese... Die Bitches in der Haus, Alter! Jetzt geht's erstmal richtig... Ich werde diese Welt schlagen, bevor ich euch einen Hammer überlasse! Die Erde weht und dröhnt auf meinen Befehl! Warte, erstens muss der Wehr down? Oh Gott! Der hat mir auf'n Kicker! Der tut mir voll verfolgen, ey! Ich will das genau! Da kann er mir nix vormachen, da hab ich ein Auge für! Oh Gott! Hinter mir kam wohl anscheinend irgendwas auf. Oh no! Wollen wir noch ein weiterer? Der Berg will mal den Knopf vermalten! Das ist gruel! Hör, was ist hier los, Alter? Ah, der macht so schlecht! Der schützt sich die kleine Sau! In dem Ding stand ich auch mal drinne! Da weiß ich nur, als wir uns gestern wären! Dat war toll! Da hat er feils schon wieder gedrückt, ey! Machen wir weiter! Ah! Was ist hier los? Ach, das ist so wenig nachher jetzt! Äh... Der Berg im Radeknachen zermalmen! Macht ihr, Mann! Warte eben! Ich muss lieber heilen hier! Zoélé... hàng... Ringenria様... Regeneral cul... Lgor carnival. G 때문에. Danke! T-Sack... J 말씀드� один... Du, na du tipische... T-Sack... Drog mir wat hier! Wat... So Leute, das war's. Ich danke euch. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Das war nichts Doppeltes. Das könnt ihr mal sehen nach der Aufnahme. Ähm, schaltet die nächsten, äh, dann nächstes Mal wieder ein, dann vielleicht passt ihr kein anderes Video mehr, was von mir kommt. Ich hab jetzt noch ein paar Abonnenten dazu bekommen. Willkommen im Club, Leute. Danke, dass ihr da seid. Finde ich gut. Umso mehr, umso besser. Und umso weniger wirst du trotzdem weiter nachdenken, aber, äh, auch wenn's weniger werden, sagen wir so. Ja, und, ähm, seht ihr gleich eingeblendet dann irgendwann die Videos, oder sind schon eingeblendet, ähm, könnt ihr noch ein bisschen mal rumstöbern hier und alles. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Haut rein. Ciao.